Guck mal hier, guck mal, das musst du mal, gleich hier, ne? Enjo hat in eine Kulturtasche gefasst und hat natürlich genau in eine Rasierklinge reingefasst. Und hier sehen wir das Ergebnis, dieser blutigen Misseltat. Du tust doch was, der Mann stirbt! Er stirbt! Wurde stehen die Chancen? Muss amontiert werden. Die machen jetzt Death Metal! Und jetzt werden wir erstmal die Schmerzen mit Alkohol betäuben! Und da habe ich reingefasst! Na, schon besser! Ich trotte! Und jetzt? Ich glaube das hilft doch nicht! Muss von mir! Adept Butterbeet! Ich sag Adept! Ich glaube ich brauche jetzt auch einen Schnaps! Ohhhh! Lecker Tropfenbar! Ganz schön dickes Ding! Das ist ja fast übertrieben!